Herzlich Willkommen zu Let's Play The Elder Scrolls Online Teso Ähm, ja, das ist hier wieder mal eine Testfolge Ich probiere mal, ob das jetzt funktioniert Warum werde ich dann am Ende der Folge sagen, wenn es geklappt hat? Ähm, ich laufe jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum Es wird eine sehr eintönige und nicht relevante Folge Ähm, ich werde sie auch extra so betiteln, dass man sie nicht schauen muss Ist nichts doch relevantes, ist sogar ein Eine Punktzahl, also es ist nicht eine weiterführende Nummer Es ist einfach nur, ja, so gedacht Ich bin gespannt, ob es jetzt funktioniert Ähm, denn meine Elgato spinnt wieder und ich denke mal, dass sie kaputt ist Ja, diesmal denke ich wirklich, dass sie kaputt ist, weil Das geht jetzt schon drei Tage so, dass ich sie nicht aufnehmen konnte Und dieses Video hier werde ich dann einfach mal dafür verwenden Ähm, quasi, dass ihr ein bisschen Teso seht Aber nichts relevantes halt Ähm, nur um mal zu gucken, ob es jetzt funktioniert Und wenn es wirklich funktionieren sollte wieder, dann Ich weiß auch nicht, was ich da falsch gemacht habe Ich habe nämlich jetzt ein anderes HDMI-Kabel benutzt Es kann daran liegen, dass es dann funktioniert Aber jetzt ist gerade mal eine Minute um Und ab jetzt müsste es dann irgendwann anfangen zu spacken Ich hatte eine 13-sekündige, äh, Verzögerung Eine 20-sekündige Verzögerung Und es ist nicht mehr normal Also wenn die Elgato nicht mehr funktioniert Sorry, aber Das muss ich mal dazu sagen Falls die Folge funktioniert, die Elgato ist nicht wirklich gut Ähm, die Elgato ist insofern gut, dass sie eigentlich, äh, gute Qualität abliefert Aber so in Sachen, wenn man jetzt Probleme hat Und das ist, ich bin anscheinend der Einzige, der dieses Problem hat Weil ich habe keine Lösungen dafür gefunden Bei allen funktioniert es anscheinend irgendwo, irgendwie Also muss es ja Entweder daran liegen, dass die Elgato kaputt ist Bei mir Oder vielleicht auch mein Laptop Das kann natürlich jetzt sein, dass ich, ähm, einen neuen Laptop kaufen muss Oder eine neue Elgato Wir gehen einfach mal nach Sturmhafen wieder Einfach mal der alten Zeiten willen quasi Eine Folge entfernt, juhu Ähm Einfach mal, um so ein bisschen, äh Ja, Screentime zu haben quasi Wenn es jetzt wirklich funktionieren sollte Dann hat sich die Elgato entweder eingekriegt Oder es lag wirklich am HDMI-Kabel Dass es schon so durcherhitzt war Das kann natürlich auch daran liegen, klar Aber komischerweise hat die Elgato so funktioniert Nur als ich auf den Aufnahmebutton Äh, nicht Aufnahmebutton, sondern an den Mikrobutton gedrückt habe Dass es den Sound aufnimmt Hat es total angefangen zu spacken Jetzt tut es das nicht mehr Zack, wir können sogar nie einen Gegner killen Und es läuft alles noch flüssig und frisch Und es sind fast drei Minuten um Ihr seht es ja sowieso Also Ich weiß echt nicht, was das System hat Entweder überhitzt kann es nicht sein Denn ich habe es, wie gesagt, zwei Tage nicht benutzt Jetzt ist es der dritte Tag Deswegen kam auch keine Folge Keine einzige Ähm, ich bin Wenn das jetzt weiterhin nicht funktioniert Bin ich am Überlegen, halt wirklich eine neue Elgato zu kaufen Äh, die kostet 150 Jetzt gerade 130 irgendwie 20 Euro billiger Ist immerhin etwas Falls es jetzt aber wieder funktionieren sollte Werdet ihr ab morgen wieder richtige Folgen sehen Weil eigentlich Jetzt, wo es jetzt auch funktioniert, kann ich es halt auch nochmal ankündigen Dann wird halt die Folge ein bisschen kürzer Ähm, ich habe nämlich anzukündigen Dass eigentlich, ab Montag Hätte schon eine Folge kommen sollen Was, Spinne? Oh, Moment Hier ist doch dieses Spinnennetz-Ding Oh, nein Ne, komm, das machen wir nicht Ähm Wollte ich ankündigen, dass Montag, Dienstag und Mittwoch Drei Tage lang Tesu und Dark Souls kommen Aber dass er ab Montag nicht mehr funktioniert hat Theoretischerweise schon am Sonntag hat es nicht funktioniert Sonntagabend Ähm Da weiß ich dann nicht so ganz, äh Ob ich das jetzt auch noch die drei Tage mache Ab Mittwoch halt Heute noch eine Folge Dark Souls kommt, eine richtige Und ab morgen dann Tesu Wisst ihr was? Bis jetzt funktioniert es ja Wir machen mal weiter Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler Weil wenn wir natürlich jetzt weitermachen, äh Und es funktioniert nicht mehr Dann ist es natürlich schon scheiße, ne? Aber bisher funktioniert es ja Ich frage mich wirklich, ob das Aufnahmekabel schuld ist Äh, man, das HDMI-Kabel Wenn das schuld ist Dann habe ich ja ein Glück die Bedrohung gefunden Ihr wisst gar nicht, wie stressig so was sein kann Echt, das ist der Wahnsinn Also, YouTube an sich PC-Spieler haben nicht so viele Probleme Muss ich ganz offen und ehrlich sagen Ähm Es sei denn natürlich Okay, gut, die haben mehr Probleme, wenn ihr PC irgendwie rumspackt Okay, gut Aber Jetzt hier so mit so einem System haben die ja eigentlich gar nichts zu tun Aber bisher läuft es halt nur flüssig Und das, finde ich, ist sehr erstaunlich Denn ich habe fast fünf Minuten um Und wir machen jetzt einfach mal regulär weiter Ähm Und ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt die Information schon mal sagen kann Ja, es sieht nämlich so aus, als ob es funktionieren würde Ähm Ich wollte nämlich mal Ich wollte nämlich eigentlich mal meinen Kanal Noch mehr individualisieren Es funktioniert immer noch Leck mich am Arsch, meine Güte Ähm Und zwar wollte ich nicht nur Auf Battle-Spiele zugreifen Also so gut wie jedes Battle-Spiel halt mal machen Ähm Sondern ich wollte auch mal auf Langzeitprojekte übergreifen Und zwar werde ich auch, äh, Teso unterstaffeln Mhm Ihr habt richtig gehört Teso wird auch unterstaffelt Ab der 200. Folge Wird die erste Staffel quasi vorbei sein Auch wenn daraus jetzt schon drei Staffeln hätten sein können Weil ich hatte ja zwei Pausen schon Ähm Ähm, aber ab dann wird es halt dann keine Pausen mehr geben Sondern Staffeln So wie bei dem Battle Es ist halt nur länger So 100 Folgen immer mal Oder auch mal so 60, 70 Folgen Und ab dann werde ich, ähm Ein anderes Langzeitprojekt spielen Ich weiß schon, was das nächste Langzeitprojekt sein wird Ähm Ihr noch nicht Aber das ist auch noch ganz gut so Wir kämpfen jetzt erstmal gegen ein paar Gegner Einfach, weil wir was können Aber irgendwie ist es hier gar kein Außer Schmetterlinge Ganz viel Schmetterlinge Ähm, und wenn das, äh, Projekt noch auf sich warten lässt Weil es dauert, bis es rauskommt Ihr könnt euch vielleicht schon ahnen Was es für ein Projekt sein wird Ein Tipp ist es auf jeden Fall Es ist auf der E3 angekündigt worden Ähm, nur in welcher Pressekonferenz Sag ich jetzt natürlich nicht Ich bin nicht vollkommen blöd Aber es ist auch ein Langzeitprojekt Es ist immer noch flüssig, glaube ich Ich guck gerade mal so Ich sag jetzt mal hier Moment Ja, er nimmt es auf Er nimmt es nicht auf Ah, jetzt nimmt er auf Jetzt Es sieht flüssig aus Es könnte echt flüssig sein Hm Keine Ahnung Ähm, falls es jetzt nicht mehr flüssig sein sollte Ich werde das jetzt hier einfach mal wieder als, äh Sag ich jetzt mal als kleines Infovideo nehmen Glaube ich Damit du mal wieder Bescheid wisst, was Sache ist Also wenn das jetzt hier wieder asynchron wird Und es sieht verdammt normal danach aus Ähm, dann mache ich jetzt hier mal so den Cut dann Es ist schade Es ist wirklich, wirklich schade Aber ich glaube, ich brauche eine neue Elgato Da stimmt irgendwas nicht Irgendwas ist da nicht ganz richtig Na gut, Freunde Dann werde ich jetzt mal sagen, mache ich jetzt hier den Cut Und, ähm, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid Es wird ein bisschen individualisierter werden Mit den ganzen Kanälen Äh, mit dem Kanal meine ich jetzt hier Äh, ich hoffe, es ist nicht zu asynchron Also ihr seid jetzt auf jeden Fall erstmal Ihr wisst jetzt Bescheid Gut Ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen Dann bis zur nächsten Folge Ich hoffe mal, das nimmt er jetzt hier auch wirklich noch synchron auf Falls nicht Ja, gut Brauche ich eine neue Elgato Ist halt leider so Alles klar, bis zum nächsten Part Also bis zum nächsten richtigen Part Von Teso Das hier ist jetzt eher als Überbrückung Und als Info Und als alles Wie bei Darks jetzt mal so gedacht Haut rein Und Ciao Bis zum nächsten Mal